Musik Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier zum dritten Live Commentary. Ja, wir sind hier im Modus Team Deathmatch Softcore und ich habe mir gedacht, weil ich mir ja so letztens die Kommentare alle reingezogen habe von euch unter den Live Commentaries, dass ich heute mal mit einer Sniper-Klasse spielen werde. Habe ich mir was Hübsches hier zusammen gebastelt mit der DSR 50, Doppelt Tomahawk, Sekundär B23R und so ein paar Aufsätze habe ich auch mit dabei. Wie gesagt, das ist meine Klasse, mit der werde ich jetzt gleich auf hoffentlich Drone spielen. Bitte Drone. Jawohl, ich liebe die Map Drone, die ist so toll, die macht Spaß. Und wenn wir mal schauen, was wir so reißen können mit Sniper, ich habe mich natürlich nicht wirklich warm gespielt. Also ich spiele normalerweise echt nicht so häufig Sniper, muss ich ehrlich zugeben, obwohl es echt Spaß macht. Also ab und zu ist es schon ganz lustig. Jetzt war ich gerade kurz einmal abgelenkt. Tut mir leid. Ja, macht ab und zu echt Spaß. Ich bin aber normalerweise nicht so der kontinuierliche Sniper-Spieler. Und ich bin auch kein Quickscoper oder Hardscoper oder Trickshotter. Ich spiele ganz normal Sniper und mir ist auch scheißegal, was ihr da rumflamt. Wenn ihr jetzt eine rumflamt von mir, du Hardscoper, loop, loop. Ist mir so egal. Ich spiele einfach, wie ich es für richtig halte mit der Sniper. Und Hauptsache es ist effektiv. Völlig egal, wie man es macht. Hauptsache es ist effektiv. Und Hauptsache die Tomahawks fliegen überall hin, nur nicht da, wo sie hin sollen. Naja, gut. Ich wollte eigentlich so richtig schön mit einem Ecken-Ding. Oh ja, Hitmarker. Es geht schon los, ey. Es geht schon los, ey. Ich kriege schon wieder Hitmarker. Ich liebe es. Deswegen spiele ich Sniper so gerne, ey. Weil ich die Hitmarker einfach nur absolut geil finde. Und ich will sie nicht missen. Sie sind einfach nur wunderschön. Oh, fuck. Was ist der da? In your face. Ah, der heißt sogar so. Vogel. Naja. Hat er Pech gehabt. So. Schauen wir mal, was hier noch so abgeht, ey. Können wir mal hier kaputt machen hier. Da ist eh keiner drin. Schmeißen wir nochmal mal random. Ey, ey, ey. So. Hier ist doch auch noch einer. Ich weiß, da hab ich doch gesehen. Oh, fuck, 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 komm ich da weg? Nein, ich komm natürlich nicht weg. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn ich da weggekommen wäre. Ja, mit Punkteserien technisch spiele ich hier mit, äh, äh, so niedrigen Punkteserien. Drohne, UAV, Counter-UAV, Hunter-Killer. So, die ganzen Schissler-Manks. Oh, fuck. Warum kommt der noch zwei? Ihr wollt ja naiv, ey. Ich glaub, ich muss mal ein bisschen vorsichtiger spielen hier, wenn ich hier mit Sniper hier rumlaufe. Ein wenig, äh, mit Bedacht spielen. Wir haben die Führung übernommen. Da kommt doch gleich einer. Schade, ich dachte, ich treffe da so ein bisschen. Wo ist er denn? Kommt da was? Hallo. Ist er schon wieder... Schon wieder ins Gesicht. Wir sitzen auch immer an derselben Stelle, ey. Boah, das ist mir grad ein bisschen zu heiß hier, ey. Wenn der Sniper so auf kurze Entfernung geht, gar nicht, ey. Lass mich mal durch hier. Lass mich arzt. Ich bin durch. Da ist einer. Noch einer. Und komm. Noch einer. Da. Ist er da oben gewesen? Na? Oh. Oh. Oh Gott. Ich krieg ihn nicht. Ich geh weg. Man sollte das Glück nicht erzwingen. Wenn's nicht klappt, dann klappt's halt nicht. Dann lebe ich halt länger. Finde ich gut. So, jetzt probier ich's aber mal von hier nochmal. So, wieder da oben. Da. Alter, wo sind die denn alle? Ich geh jetzt mal hinter die feindlichen Linien. Gucken, was ich da reißen kann. Ganz stealthmäßig ohne Schalldämpfer laufe ich jetzt hier hinter die feindlichen Linien, ey. Boah. Jetzt mach ich hier Vorsicht. Hier ist bestimmt S-Mine-Scheiße. Ach, Cookie. Guck mal. Ach ja. Ist das süß. Ist ja klar, dass sie da wieder rumsitzen, ey. Wie die Vögel. Und hier kommt ne Hunter-Killer. Auf geht's, Junge. Flieg ins Gesicht von irgendjemandem. Tu mir den gefallen. So, jetzt alle auf der rechten Seite. Das ist ja schön. Oha, Double sogar. Oha, da ist einer. Oha. Und ne Konter. Oha. Ja, schade. Ich wollte echt den Arsch retten, aber den Jungen, das hat leider nicht mehr so... Ach, warum geh ich aus dem Scope? Das ist doch noch einer. Alter, jetzt... Kommen sie aber alle da, ey. Komm, lad schneller nach. Ich will hier Feeds. Boah, ich krieg hier nix, ey. Komm. Ey, wer nimmt mir den weg? Boah, ist hier grad voll Action hier, ey. Ich verliere hier voll die Übersicht, ey. Voll, voll, aua, ja. Und so weiter. Ähm, ich bin ein wenig überfordert gerade. Ganz klein bisschen. Ganz klein bisschen. Aber jetzt sind es wieder alle rechts. Kommt da was? Nee, aber... Oha, die sind schon hier vorne. Oha, ich krieg hier nicht. Ich flipp aus. Oha, meine Nase ist auch schon wieder zu, ey. Ist hier wieder alles tiptop, ey. Beste Voraussetzung, um hier mal irgendwas zu reißen, ey. Ich seh das schon. Oha. Leg dich da nicht hin. Oha. Oha, das wär so schön gewesen. Alle drei mit der Biestel. Aber es hätte nicht sein sollen, werden können. Oha. Wo kommt er jetzt her? Ich leg mich jetzt mal hier hin. Oha, fuck. Huh. Brauchst du Hilfe, Kollege? Geht schon, ne? Machst du schon, Chefkoch. Ah, da ist jetzt einer. Ja, ja. Oha. Nein, 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 nein. Es soll nicht sein, hätte werden können, aber... Ich will doch. Ich will doch. Ich will es doch. Und die Gegner wollen es auch. Also, lasst mich. Da. Haben wir doch einen. Da ist doch auch einer gewesen. Hab ich das falsch gesehen. Hab ich falsch gesehen. Oha. Wer jumpt denn hier rum, ey? Weil die hier sind gerade voll Belagerung, wa? Merk ich schon, ey. Spawn sie wieder auf der anderen Seite, ey. Alter, wieso? Was? Ich flipp aus. Boah. Jetzt muss man aber ein paar Tomahawk-Kills machen, glaube ich, ey. Das wäre, glaube ich, mal ganz angebracht. Kommt diesmal keiner. Ich muss meine Tomahawk-Sie einsammeln. Komm. Och Mann, jetzt töten sie doch nie mal alle, ey. Jawohl. Krieg ich noch einen? Komm, jetzt charge ich jetzt hier einfach. Oh, da sind voll viele. Alter, was geht? Meine Güte, ey. Da wollte ich einfach mal durchchargen mit meinen Exen, ey. Wie hier so ein Kälte früher. Aber es hätte nicht sein sollen werden können. Nein, ich hab ihn doch gesehen. Wieso reagiere ich denn so langsam wie so ein scheiß Fisch? Mein Gott, ey. Wie so ein Stück Brot, ey. Auf Fisch. Fisch auf Sturz. So, ist richtig. Da schmeißt du hier die Kacke dahin, ey. Esmine. Oh, schon vorbei? Das war's schon? Suck mal, war gar nicht so schlecht, ey. 23,9. Hm. Geht zwar besser, aber war gar nicht so bad. Chefkoch. Macht hier den letzten Kill. Pray and spray. Weine, meine Fresse. Na gut, liebe Leute. Das war das Live-Kommentary. Number 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal ein bisschen Sniper-Action. Leider konnte ich nicht den Last Tomahawk, so wie es geschrieben wurde. Aber ich hab mir Mühe gegeben. Ich schau mal, dass ich demnächst dann nochmal so ein Free-for-All mache. Da kann ich dann Last-Axt machen. Und ansonsten, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.